so du läufst jetzt mal nicht weg kumpel du bleibst mal hier umpacken weil ich das gar nicht verliere so so er verkauft die normale milch ok was soll die kosten ein smaragd aber teuer gut ja was wollen wir als zahlungsmittel nehmen ein gold machen eine goldbahn ist zu seldern im smaragd das ist maragd ist ja richtig teuer ein eisen machen kannst du nehmen so was soll er noch verkaufen soll er noch verkaufen moment gerade gerade das zugänglich ist und aber kann ja noch mal innerlöser denn da ist er so händler im daug d-o-u-g-h was ist das denn zum kochen wie hieß das d-o-u-g-h müssen wir doch haben dort jetzt musst du dir eigentlich nur so müssen selber kraften hast du von selber nicht das ist staub das ist wieder was okay so schön aus so händler ist okay was verkauft er finde ich dass wir dafür haben soll ich mal machen dass ich ins haus komme soll ich mal bei bei schmerz meine wache machen ja macht man die eisenberge ich komme gleich wieder ja hier macht das muss ich ja schon wieder ich muss jetzt doch wieder rein hier freunde in die mode die hacke hier kriege ich brauche mal die hacke hier den npc zauberstab so bauen wir mal eine wache hier mal hin turin kann ertrinken kein fall schaden ja aussehen aussehen traf meh 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 Ein Hobbit, toll. Genau, wie immer. Begleiter, die haben keine Rolle. Inventar, Waldwasser, ja, gefunden nochmal, ähm, wo war das denn, ah. Hallo, keine Rolle, Händler, Befolger. Sänger, Heiler, Geil, 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 Geil. Genau. Genau. Hallöchen, Hallöchen, da bin ich wieder. Das ist doch schön. Mal gucken, was er jetzt mal sagt. Er hat gegrüßt. Gibt es mal was trieben, machen wir einen Pferdestall und buddeln ein bisschen wieder nach Erzen, ne? Ah, der finde ich witzig. Hat was. Nein, keine Sound. Oha. Toll. Super. So, jetzt mal gucken, wie das mit Milch hier aussieht. Mal gespannt. Beseitigen? Geh du beseitigen. Ähm. Ja. Hier ist Turin. Soll ich ihm jetzt eine Zwergin unten reinsetzen? Ja, mach mal, da freut er sich. Lili heißt sie nicht mal. Nein, nein, nein. Nein, nein. Zwergen. Female. Blond. Ginger. Ja, die nehme ich. Die ist gut. Ähm. Die macht ja gar nichts. Äh. 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 Keine Rolle. Was gehen wir denn mal? Äh. Cool, der Käsehannes. Der ist ja witzig. Den gucke ich mal. Ah, geht doch hier. Ähm. Die sorgt hier drin für Ruhe. Das ist gut. Man kann denn da mit ihm jetzt handeln, ne? Das geht ja gar nicht. Ich kann nichts kaufen bei ihm. Warum nicht? Ich möchte Milch. Ja, dann brauchst du das, was er dafür braucht. Ja, drei. Geht aber nicht. Dann muss man das ja in die Kästen setzen können. Nee, du ziehst es einfach nur raus, was er haben will. Jetzt klick sie drauf. Klick mal auf die Milch beim Händler. Das sollte gehen. Oder nicht. Ah. Da siehst du. Äh, wunderbar. Das klappt ja. Ach, super. Kann ich Frischmilch machen. Das ist ja klasse. Was ist da? Wir brauchen ganz viel Eisen. Wir brauchen ganz viel Eisen. Aber der ist gut geworden, der Käse, Hannes Ja? Gut So, jetzt habe ich mir eine Sanimbra hingestellt Süß, gefällt mir Okay Stock weg Aus dem Gehmbud raus Ist Tag oder ist Nacht? Nacht Super, ich wusste das Schwert Glück Ja, jetzt kommt wieder der Milchstag Ja, ich bin gleich da Deinen süßen sind auch schon munter Putze Wo ist meine Axt hin? Mir fehlt eine Axt Verdammt Mir fehlt eine Axt Hab ich den Rucksack getan Ich muss mir nochmal einen anderen großen Rucksack nochmal bauen Die ist da drin in die Axt, okay Transporttasche mitbringen, sehr genau Ich muss mir nochmal einen zweiten Rucksack machen Und einen zweiten großen nochmal Dann reicht das mit drei Rucksacken Es müssen unübersichtlich Nehmt zu viel Platz weg Ja Er hat hier hartes Eis abgebaut Ton hat er auch schon gefunden Ein Tansanid hat er Das ist doch schön Ach hier, den Stein kriegste Okay, dann gehe ich jetzt raus und komm mal nach Zuhusa hin, ja? Ja Dann werden wir den Stein in Zuhusa einfach neu machen müssen Du bist ja noch in Zuhusa, ne? Ich bin auch in Zuhusa, ja Aber meine kleinen süßen hier Ist das niedlich? Dann werde ich da gleich mal einen neuen Stein mal machen Oh, hier ist ein Rechtschreibfehler drin Ich muss nochmal kurz in den G-Mode, Freunde Ist aber gar nicht so schön Kurz in den G-Mode Äh, Dialoge Ach ja, so Und raus So Ich mit dem Ding Zack, so So, dann komm ich mal schnell Ja, das kannst du machen Zuhusa Ich muss nochmal kurz daheim War nicht unten in den G-Mode Zuhusa nicht auch irgendwie so eine Miene? Nein, nein Nur in der alten Welt Ähm Wo war der Steinpost-Mod? Der war unter Redstone, glaube ich Jetzt ist das ein Post-Mod, oder? Nein Unter Transport Einen Wegstein Weg Ich habe Zuhusa entdeckt Okay Wo bist du? Kommst du mal hier zu mir hier hin? Du handelst ja gerade irgendwo, ne? Du bist doch da bestimmt irgendwo beim Marktplatz, ja, ne? Ich bin hier vorm Regelhaus Ich Mir ist eingefallen Ich werde morgen nochmal das Regelbuch überarbeiten Und dann die Bücher hier nochmal neu machen Können wir das Regelhaus wieder suchen Da in die Richtung, wo wir unser eigenes Häuschen haben Wo auch die ganzen Weg weiter stehen Wo es hingeht Soll ich denn gehen? Komm an, guck mal Huhu Na komm Komm hier, komm Hey Der Keule Hier, Rechtsklick auf den Wegstein Hast du entdeckt? Ja, ich habe es entdeckt Okay Weil sonst kommen wir nicht wieder zurück So Ich bin noch im Kreativmodus Das war ganz doof Geht ich gar nicht So, ich gehe erstmal wieder nach Hause zurück Ist das okay? Ja, mach das Ich würde hier mal kurz hier mal Die ist alles sortiert Das geht ja Ich komme auch mit Äh, ne Waldläufer Zack So Ich baue mir jetzt einen neuen großen Rucksack Ähm Was brauchen wir dazu Äh Wie ist es das Backpack, ne? Ich brauche einen großen Top Kaninchen-Leder, ich brauche das Tannet-Leder Brauche ich dafür Und hier brauche ich diese Eisen-Sticks Ich brauche diese Eisen-Sticks vier Stück Da brauche ich ja ganz viel von Ähm Ich werde jetzt mal Tannet-Leder machen Damit der Rucksack immer schön groß und voll wird, weißt du? Ja Tannet-Leder, wie haben wir denn davon? Tannet-Leder Das bauen wir jetzt aber gar nichts von Super Leder, Tannet-Leder, was ist das? Boah, aber jetzt brauche ich den jetzt Ich brauche jetzt das Bound-Leder Und das Bound-Leder kriege ich da raus Oh Diese kräftigen Sachen, ne? Jetzt brauche ich ganz viel Spinnweben Und ganz viel sowas Okay Ich brauche hier ganz viele Spinnweben Waren wir hier drin Spinnweben, Fäden Gibt noch mal was, die Herrenfäden Ach, die zwei hat sich Dann brauche ich hier von was Tannet-Leder haben wir noch eins Da müssen wir ganz viel von machen So, jetzt machen wir es mal hier So ein Tannet-Leder Eins So viel und so viel Okay Das ist einfach, das kriege ich hin So Das wird nicht reichen Dann muss ich jetzt mal meine Transporttasche gehen Und da mal ein paar Bound-Fäden noch mal rausholen Nein Wo sind meine Bound-Fäden hin? Hier? Hier drin? Ja, da drin Jetzt werde ich mal ganz so viele Bindfäden opfern müssen Damit ich dieses komische Tannet-Leder da machen kann Ähm So Zack Ich glaube ich habe hier 32 Tannet-Leder Das wird so bereichen Ähm Weg 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 32 Tannet-Leder werde ich jetzt auch mal braten hier Und zwar verteilt auf ein paar Öfen Geht dann schneller Das könnte ich morgen auch nochmal machen So Ich breite jetzt mal ein paar Tannet-Leder Jetzt für meinen neuen großen Rucksack Hi Hi So Jetzt mache ich mir die Sticks Vier Sticks pro Rucksack Vier mal Also zwölf Zwölf Da brauche ich dann Die 16 könnten reichen Oh Puh Ist das kompliziert Ist das kompliziert Ähm Was machen hier meine Öfen hier Da habe ich schon 6 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 So Noch eins Auch nochmal 2 Ich glaube so viel werde ich gar nicht brauchen Aber Was wir dann halt übrig haben Haben wir über Da freut sich der nächste Der hier was baut Oh Ja Wenn ich 2 ganz große Rucksack habe Anstatt einen kleinen und einen mittleren Und einen ganz großen Ist das einfacher Ähm Iron Frame Oh Da brauche ich jetzt auch wieder Oh Da habe ich keine Spindel mehr Ja Ich gucke Ich mache mich gerade nach unten Und gucke ob ich noch welche Auftreiben kann Ich habe hier keine mehr Und im Lager Welche Oh das ist ätzend ey Ich muss mich jetzt mal plündern Wie haben wir hier noch 40 Die nehme ich erstmal alle Komm gleich wieder rein So Oh Ion Frame Ion Frame Jetzt habe ich 2 Jetzt habe ich 2 Oh Was ist das so So Jetzt haben wir hier 3 Iron Frame So die Fäden Ich schmeiß immer hier wieder weg Die brauche ich hoffentlich nicht nochmal So Ähm Top Backpack Hab ich Gesundheit Das haben wir auch So Jetzt will ich einen Rucksack bauen Großen Rucksack So So Den habe ich jetzt auch Ähm Den will ich jetzt nochmal einfärben Dazu brauche ich Grün Farbstoff Kaktusgrün Kaktusgrün ist gut So Den Den ergibt den Grün Okay Super So Hast du genommen Das ist dein Rucksack schon fertig ne Ja Ich bin schon fertig Warum Wollte ich nur so Interesse halten Aber wissen Ja 5 Minuten noch Dann Haben wir den Stream fertig Denke ich mal Ähm Ja Jetzt werde ich erstmal hier umpacken Auf jeden Fall müssen wir immer wieder Eisen mitnehmen Ne Mhm So Genau So kommt das hier her Das ist sehr schön Fläche Hier oben kommt was zu fritt anheben Eine kleine Ersatzkleidung Das ist noch hohes Schweinefleisch Wir müssen Werkzeug umpacken So Werkzeug Wir müssen ein bisschen Futter Das ist noch hohes Schweinefleisch Okay So Was haben wir jetzt noch hier drin Einmal Wasser Zwei Einmal Wasser Einmal Schade Zwei Wehre Eimer Krülle reinpacken Stufen Da gab es noch mal was zu pressen Ah da gab es noch mal was zu pressen Ah da gab es noch mal was zu pressen So Koppelkosten Gibt es hier auch nochmal Die ganze Koppelkosten Machen wir nicht gerade Ja können wir ja reinpacken Die ganze Koppelkosten haben wir mal zunächst was dabei So Dann bringen wir die jetzt nochmal hier irgendwo hin So Ähm Unbedingt geht ihr nur am Amboss ne Ja Das war eine Transporttasche, Transporttasche, ne, Tasche, so, so, super, ich hab ein Amboss kaputt gemacht. Ist das schlimm? Nein. Ich baue auch einen neuen. Ich baue ganz schön nur einen Amboss, ja? Ja. So, er steht da. Ähm. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 4, 5, 5. Müsste für ein Regal reichen. Reicht für ein Regal? Dieses Regal bauen wir wohin? Dahin. Und in dieses Regal packe ich meinen alten Rucksack rein. Das ist doch toll, ne? Ja. So, um nur kleiner Rucksack drin. Ich werde da um den V. Wurde er gekillt? Nein. Okay. Ja, ich wäre dann soweit. Wir könnten jetzt zum Ende kommen und uns am Tisch wieder treffen. Ja, dann komm. Dann gehen wir zu den Frisalien wieder hin. So, ich bin schon da. Ich fahr auf dich. Ah, da kommst du ja vor. So, werter Freunde, guten Geschmack. Das war's immer für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschüß. Tschüß. Vielen Dank.